Hallo Herr Ebert, wann wurde die Anlage in Betrieb genommen und wie viel Strom erzeugt sie jährlich? Die Anlage ging 2008 in Betrieb und die Anlage erzeugt circa 300.000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Das ist also ungefähr die Menge, mit der man circa 100 Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgen kann. Was kann ein Bürger dazu beitragen? Der Bürger kann zweierlei Dinge tun. Zum einen kann sich der Bürger natürlich für die Klimatarife der AVG entscheiden und damit wird er mit in der Region erzeugten Ökostrom versorgt. Zum anderen kann der Bürger, sofern er die Möglichkeit hat, auch mit unserer Unterstützung sich eine eigene PV-Anlage aufs Dach setzen und dann einen Teil seines Stroms auch direkt auf seinem Haus erzeugen. Elektronik